Hallihallo meine Freunde bei YouTube, hier ist wieder mal AC168 und wie man sieht sind wir zur Zeit im Wetterrot unterwegs hier und setzen hier gerade Hochborde. Leute, mein Kameramann filmt hier mal kurz rein in die Strecke. Da unten wo die Brücke steht, da haben wir heute angefangen. Und jetzt geht es natürlich noch weiter. Weil wir müssen noch anderthalb Stunden arbeiten. Hier kann man noch ein paar Meter setzen. Weil das geht ja auch so schnell hier. Da kommt schon wieder der Nächste rein hier. Davor steht noch gar nicht hier vorne, ne? Ja, genau. Warte, was ist denn vorher? Genau. So, eigentlich. Ich gebe den Meister um an, weißt du. Wegen Fängercamp. So. Soоль. So, ich gebe den Bewerbmen im Schaleackzug. Soll ich nur weg, nochmal bitte expl Напstarke. Soll ich die Brücke machen. Soll ich jetzt nicht auf mehr was. Soll ich diese Brücke mache, etwasredit80. Soll ich die Brücke. Soll ich gebe den Bewerbmen zurück, nicht voulez. Soll ich das ganz ehrlich bist und die Brücke. Soll ich viel jetzt aberु introductory bin, So, Leute, auch da steht schon, ne? Jetzt ist die Palette immer noch zu. Was heißt das? Hattel muss schon wieder eine Pause machen, ne? Weil wir kennen ja nichts neben dir. Aber das Problem hat jetzt die Palette aufgemacht, hier. Und jetzt geht das auch schon weiter. Eins, zwei und drei. Was ist das auch? Gut, ne?